Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Vaporum. Oder Vaporum. Äh, wie auch immer. Ja, wir sind immer noch in dieser Etage. In der letzten Aufnahme-Session haben wir herausgefunden, wer wir sind. Nämlich ein rangehohes Tier, mehr oder weniger von diesem Ort hier war wir mal. Und unsere Frau, also einer der Verantwortlichen, besser gesagt. Oder sogar der Verantwortliche. Unsere Frau war die, äh, Chefleiterin. Wo bin ich gerade? Ach so, ich gucke auf diesen Ort. War die Leiterin der Forschung scheinbar und ist ein bisschen crazy verrückt geworden. Soll vorkommen. Ja. Ich kann mir das, ich kann mir da nur zwei Möglichkeiten ausmalen. Erstens, sie hat irgendwie Scheiße gebaut und es gab irgendeinen Unfall, durch den wir wahrscheinlich aus einem der oberen Stockwerke des Turms geschleudert wurden und dabei unser Gedächtnis verloren haben. Zweite Möglichkeit, sie ist durchgedreht und wir haben, und sie hat uns rausgeschmissen. Ja, den Raum brauche ich auf jeden Fall nachher. Hier habe ich ja... Genau, hier habe ich die blöden Fliegefiecher eingesperrt, auch wenn die eine ziemlich ordentliche Fumiumquelle waren. Edgebatch. Ja, hier brauche ich das Gear Template, dass ich hier wahrscheinlich neues Gear pressen kann. Dazu muss ich hier hin zurück. Denn das war so meine Intention. Wir haben zwar bereits einen Weg nach unten gefunden. Wir haben aber allerdings zum Beispiel auf dieser Ebene noch kein einziges Secret gefunden. Ja, und es gibt noch drei Stück. Also das könnte eine Weile dauern. Vor allem, weil hier mal wieder die gute Frage ist, wie sehen Secret Buttons aus? Zum Beispiel will ich immer noch da drüben hin. Bin mir aber sicher, dass ich nicht da drauf gehen kann, weil ich da runterfalle. Genau, so wie hier auch, wenn da Bretter liegen. Deswegen jetzt erst mal zurück zu dem Bereich hier, weil hier... Dum, dum, dum. Und da bin ich doch gekommen. Wieso kann ich hier die Tür auf und zu machen? Achso, die ist hinter mir zugegangen gewesen. Ja. Das Teil brauche ich. Ich kann schon mal wieder umschalten auf meine Knarre. Und will da hinten hin. Ups. Weil ich denke mal... Okay, ich kann das nicht einfach so pressten. Ich brauche erst Material. Hm. Und ich glaube kaum, dass es ein Zielstein geben wird. Ich brauche es nicht da und wiederholen. Das heißt, wir gehen doch mal hier lang gucken. Wo ich das letzte Mal gespeichert hatte. Machen wir schon mal ein Save. Hi. Au. Ja. Du bist... Chaosiger Typ. Au. Ha. Das habe ich geblockt. Das wiederum nicht. So. Fumium. Und er hat Munizier dabei. Sehr schön. Das ist eine 2-Hand-Super-Waffe. Die macht sogar viel mehr Schade als das Ding. Und eine neue Nachricht. Wieder von Liam Howell. Also das ist der, glaube ich, der Soundanalyst oder sowas in der Richtung. Ich habe einen Durchbruch gemacht und habe einige grundlegende Wörter entschlüsselt in der Arie, die der Chor zu mir singt. Also ich denke mal, als Arias Arie heißt es soll. Ich verstehe nur, was er will. Was er fühlt. Wir müssen tun, was immer notwendig ist, um seinen Anweisungen zu folgen. Es ist weit hinter unserer Intelligenz und unserer Vorstellung der Realität und unseren Einschränkungen der Realität. Es kann uns an Orte bringen, von denen wir nie geträumt haben. Aber niemand versteht es. Diese Idioten hören einfach nicht zu. Und sie denken, ich bin hier der Verrückte. Meine letzte Hoffnung ist, Laura Weig zu erreichen. Die Hauptmaterial, also nicht Material im Sinne von Material, sondern halt Substanzenerforscherin, blöd übersetzt. Also die erforscht halt dieses, den Chor, das Fomium. Welche sehr, nicht fasziniert, sondern aufmerksam ist bei dem, was ich gefunden habe. Vielleicht kann ihr Einfluss mir einige Optionen freigeben und bei der Forschung etwas Anerkennung verleihen. Ja, Liam Howell, Audio-Analysis-Team. Also ja, wie gesagt, er ist der Audio-Analyst. So, mehr brauche ich wohl da drin nicht, also nehme ich das Ding wieder mit. Muss ich mich mal hier ein bisschen umgucken. Ob hier irgendwo Secrets sein könnten. Ich bin auf jeden Fall froh. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch so viele wie Perpex übrig habe. Was macht das? Da hat jetzt gerade irgendwas geöffnet. Ah, mein erstes Secret. Der ist schon mal nicht schlecht. Ne, minus 20% Evasion, aber ich nehme trotzdem mal mit, dass er hier nicht rumfährt. Okay, cool, das habe ich nicht gewusst, dass hier so Rädchen zum Dran-Drehen sind. Das war aber das Einzige, was es aufgemacht hat. Okay, dann sollte ich mal gerade, wenn ich jetzt hier zurückgehe, also in dem Bereich hier, hier in diesem Gebiet drauf achten, ob hier auch irgendwo solche Räder zum Dran sind. Da habe ich schon mal die Dings eingelegt. Das Zahnrad, was ich kopieren möchte. Ja, hier will ich lagen, weil hier gibt es, glaube ich, außer der Todesfalle nichts gerade. Ja, gerade hier meine ich. Ah, da ist tatsächlich unter der Falle das Secret. Oh, Kommando Harness. Momentum. Boah, das ist eine geile... Naja, okay, das ist eine Shotgun, also nicht so geil. Hm. Der da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir verlieren dann immerhin... 40... 65 Toughness. Dann probieren wir es einfach mal aus. So. Gut. Damit haben wir zwei Secrets. Das war die Luke. Oh, das... Hier war ein Sequel. Es kann sein, dass da hier noch eins ist. Oder irgendwo anders. Eins. Hier war ja nur der Flammenwerfer, den man nicht besiegen konnte, der einen einfach nur tot gemacht hätte. Das war die seltsame Kiste. Genau. Hier hatte ich mir, soweit ich weiß, auch alles angesehen. Ja, hier habe ich meine ganzen Basic-Dinger gelassen. Die ich nicht mehr brauchte. Achso, das war die Photon-Kanone. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Und zwar... Damit das da offen blieb, mussten wir die drücken. Ja. Also, dumm, 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 hier. Sonst wäre das nämlich einfach wieder zugefallen. Okay, gut. Dann schätze ich mal, dass wir doch nach unten müssen. Das wäre dann hier. Okay. Hi. Jetzt haben wir es an der Treppe. Der da ist mir nicht unbedingt nett. Das war jetzt nicht so gut. Was sagen hier die Statistiken? 4 Secrets. Wow. Wow. Gut, was immer das noch ist. Ich kriege es so runter nicht auf. Attack-Fuse ist nicht schlecht. Advanced Umbrella Shield ist das. Gut. Gut. Farwell, James. Lucy Page. Ach ja, das war die, die was gegen unsere Frau hatte. Nebenbei, ihn können wir auch zumachen, weil bei ihm haben wir jetzt auch alle Nachrichten gelesen. Lucy Page. Schreibt an James, an James Quall. Ja. James, ich fürchte mich um mein Leben. Sie hat mich in die Teleportationskammer gerufen. Ich weiß, wir hatten aber unsere Differenzen. Aber bitte, nimm alle Beweise und stell dir hier entgegen. Ich habe sie in unserem geheimen Platz aufbewahrt. Übernimm die Führung. Du bist der Einzige, der es noch tun kann. Es tut mir leid, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Lucy Page. Ja, Lover. So. Tech Fuse. Ist schon mal nicht schlecht. Hm. 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 Ein Boiler. Ja. Für den brauchen wir erst mal Brennmaterial. Oh, schöner Quit. Und ein Miss. Noch ein schöner Quit. Au. Das hat leider nicht so geklappt. Level Up dauert noch eine Weile. Also, ich muss wahrscheinlich nicht... Ich sollte jetzt ein Matpack einwerfen. Dieser Raum hier ist gut beleuchtet. Das klingt nicht so toll. Okay. Das war Instant Toad. Mhm. 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 Mhm.